Vom 23. bis 26. Mai 2019 wählen die Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union zum neunten Mal das Europäische Parlament. In Deutschland findet die Wahl am 26. Mai statt. Sei auch dabei. Dieses Mal genügt es nicht, nur auf eine bessere Zukunft zu hoffen. Dieses Mal müssen wir alle Verantwortung übernehmen. Geht wählen!